So, und wieder einmal Hallo zu Mighty No. 9. Wir kümmern uns jetzt um den dritten Robot Master. Genau, Militärbasis, Mine haben wir schon fertig. Als nächstes kommt die Stufe Highway mit Mighty No. 7 als Gegner. Dazu können wir uns nochmal einen Ratschlag von der letzten Mighty No. anhören. Ja, es ist Mick. Ich habe Augen auf Brand. Aber durch diese nützige Fahrzeuge geht es nicht einfach. Das könnte sich in einem 50-Kart-Pilot auf jeden Fall. Ich liebe mich zu fragen, aber ich könnte mir ein paar Hilfe nutzen. Na, die Hilfe soll er doch kriegen. Du bist dann alles fertig? Dann? System A, GO! Brand! So, dann wechseln wir erstmal wieder die Waffe. Ah, ich bin mir da oben. Kommen hier auch wieder welche, natürlich. Na, da ist auch. Ah, verdammt, ich dachte, er wäre schon angeschossen. Oh, okay, nicht auf die Straße fallen. Das wäre gar nicht so schön. Oh, da ist es. Natürlich sind wir vorsichtig. Immer. Ah, Lux-Treffer. Muss ich auch mal sagen. Oh. Okay. Ah, okay, klar, nachher. Was ist das für ein Boss? Ah, hier geht's. Hier, hier geht's. Das ist für Leid. Ah, hier geht's. Verdammt. Das ist für Leid. Das ist für... Bring es auf. Bring es auf. Und wieder raus aus dem Tunnel. Ah, und da ist ein Mitglieder. Okay, den Schuss hätte ich mir auch sparen können. Komm. 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 Auch nicht schlecht. Teilt einfach mal so die Autos. Okay. Okay. Und da haben wir erst mal wieder festen Tonen unter den Füßen. So, jetzt kommt auch schon der Warboard Master. Theoretisch könnten wir den mit der Waffe, die wir vorhin gekriegt haben, besiegen. Sprich, den Bulldozer. Aber... Ich wechsel dazu lieber auf den normalen X-Buster. Ich wechsel dazu lieber auf den normalen X-Buster. Ich wechsel dazu. so dann gucken wir mal auf der beim ersten mal gehabt ist ein bisschen wie ich finde jetzt nachdem man ungefähr der energie weg und erstmal sein special der mich mindestens einmal ah ansonsten muss man eigentlich nur aufpassen dass man verdammt immer noch eine halbe bildschirme menschen abstand hat damit man rechtzeitig reagieren kann auf die nächste tage auf die am boden oder in der luft ausführt verstand und ich hätte nur noch einmal das ist jetzt ärgerlich neue spiel neues glück ok das haben wir eben das überspringt diesmal jetzt kommt wieder da ein special Um... Oh, das ist nicht... und wieder getroffen aber jetzt haben wir ja immerhin rand b und die waffe ist eigentlich auch ganz nahes den schwertern kann nämlich auch durch gegenstände in durchschneiden durch blockaden was was im tyson's name is behind target normalization confirmed transferring data now professor white just a moment sonda has called been functioning normally this entire time well she was shut down for a firmware update when everything went all screwy seems like any bots that were powered off at the moment this all started are fine hmm shut down you say wait no it couldn't be or could it be hmm you got a theory will does it also explain why back wasn't affected you rang dr sonda where am i off to next oh back yes just a moment let's continue this later will and and no trailing off into a hmm next time what should we tackle next so und damit ist auch dieser part zu ende ich hoffe auch ich hoffe auch diese dieser part hat euch gefallen falls ja dann schaltet beim nächsten part wieder ein und jetzt heißt es erstmal auf wiederhören zum mit